Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tissis Einblick am Dienstag, 9. Mai. Die Verstrickungen und der Filz um den Greichen-Clan in der Bundesregierung gehen weiter. Jetzt kommt heraus, dass auch der Bruder des Staatssekretärs Patrick Greichen die Regierung berät. Dies bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber BILD. Das Öko-Institut sei Mitglied des Arbeitskreises Klimaneutrale Luftfahrt, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine BILD-Anfrage. Als zuständiger Referent des Öko-Institutes für den Bereich Energie und Klima vertrete Herr Jakob Greichen das Öko-Institut in den Sitzungen des Arbeitskreises. Das Bundesumweltministerium, das von der Grünen Ministerin Lemke derzeit geleitet wird, hatte vorgeschlagen, Jakob Greichen zu berufen. Staatssekretär Patrick Greichen wiederum war von 2001 bis 2012 im Umweltministerium tätig. Kürzlich wurde bekannt, dass dem sogenannten Wasserstoffrat als Expertin Verena Greichen angehört, die Schwester Patrick Greichens. Dessen Empfehlungen gibt Greichen wiederum weiter in die Bundesregierung. Bruder Jakob Greichen vom Öko-Institut gehört dem Arbeitskreis Klimaneutrale Luftfahrt an, der das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium berät. Der wurde 2022 gegründet und sollte für die Bundesregierung Vorschläge zur Erreichung einer sogenannten klimaneutralen Luftfahrt machen. Jakob Greichen berät die Bundesregierung in Sachen Energiewende. Sein Bruder, Staatssekretär Patrick Greichen, ist in Habecks Wirtschaftsministerium Manager der sogenannten Energiewende. Nach dem Rückgang der Exporte ist auch die Produktion der deutschen Wirtschaft im März drastisch gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, ist die Produktion um 3,4 Prozent gesunken. Besonders stark sank die Produktion der Automobilindustrie, die im März im Vergleich zum Vormonat um 6,5 Prozent zurückging. Nach diesen Angaben gingen die Produktion im Baugewerbe um 4,6 und die im Maschinenbau um 3,4 Prozent zurück. Die Produktion von Konsumgütern ging nur um 0,1 Prozent zurück, dagegen die Produktion von Investitionsgütern um 4,4 Prozent. Dies bedeutet, die Wirtschaft investiert deutlich weniger in zum Beispiel neue Maschinen, mit denen neues Wachstum geschaffen werden könnte. Einen deutlichen Einbruch von Umsatz und Gewinn meldet der Impfstoffhersteller Biontech in Mainz. Nach Angaben des Unternehmens vom Montag sank der Umsatz im ersten Quartal um 80 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte Biontech noch 6,4 Milliarden im ersten Quartal umgesetzt. Der Gewinn ging von knapp 3,7 Milliarden Euro auf 502 Millionen Euro zurück. Als Grund nennt die Firma eine deutlich geringere Nachfrage nach dem sogenannten Covid-19-Impfstoff. Doch mit diesen Impfstoffen will Biontech in diesem Jahr noch 5 Milliarden Euro umsetzen. Einen Schock hat diese Nachricht des Umsatzeinbruchs bei dem Finanzdezernenten der Stadt Mainz ausgelöst. Diese Nachricht müsse er erst einmal verdauen, sagte der grüne Finanzdezernent Günther Beck. Die traditionell hochverschuldete Stadt am Rhein hatte in den vergangenen zwei Jahren Gewerbesteuereinnahmen von jeweils mehr als einer Milliarde Euro aufgrund der Zwangsimpfungen erhalten. Auch das Bundesland Rheinland-Pfalz profitierte von den exorbitanten Gewinnen von Biontech. Es wurde im sogenannten Finanzkraftausgleich, dem ehemaligen Länderfinanzausgleich, vom Nehmer zum Geberland. Das Land hatte einen großen Teil der Steuerschwämme für die Tilgung der Schulden verwendet und einen weiteren großen Teil in ein sogenanntes großes Klimapaket gesteckt. Im Sande verläuft wohl ein Prozess in Bautzen, der drei Waldbesetzern gemacht werden sollte. Mitte Januar hatte die Polizei einen besetzten Wald nördlich von Dresden geräumt, in dem sich Klimaextremisten seit langem in Bäumen verschanzt hatten. Sie wollten die genehmigte Erweiterung eines Kiestagebaus verhindern. Der Freistaat Sachsen, dem die Waldfläche gehört, muss sie laut bestehender Verträge gerodet an das Kieswerk Ottendorf übergeben. Der Prozess sollte wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ausgeführt werden. Ein Angeklagter erschien nicht vor Gericht, obwohl gegen ihn nach der Räumung ein Haftbefehl erlassen worden sei. Der sei aber außer Vollzug. Eine Gerichtssprecherin erklärte, der Ermittlungsrichter sah keine Fluchtgefahr, weil der Beschuldigte die Adresse seines Anwalts als ladungsfähige Anschrift angegeben und ihr eine Kaution in Höhe von 800 Euro hinterlegt hatte. Alle drei verrieten ihren Namen nicht. Daher kam die Person frei, ohne dass die Ermittlungsbehörden deren Namen wusste. Bild zitierte einen Polizisten, so etwas hätten sie noch nicht erlebt. Ein Anwalt eines Angeklagten kam zwar zum Prozess, nannte aber die Daten seines Mandanten nicht. Der Richter unterbrach die Verhandlung und will über die Forderung der Staatsanwaltschaft entscheiden, die einen Strafverfehl über 800 Euro verlangt. Doch ohne Namen wäre das Eintreiben einer Geldstrafe schwierig, so die Gerichtsdirektoren gegenüber Bild. Die Partei AfD erreicht in einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA 16,5 Prozent. Damit vergrößert sie den Abstand zu den Grünen und drückt näher an die SPD heran. In der regelmäßigen Umfrage von INSA im Auftrage der Bild-Zeitung verlieren SPD und Grüne jeweils einen Prozentpunkt und kommen wie die SPD auf 20 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent. Damit liegt die AfD nur noch 3,5 Prozentpunkte hinter der SPD und 2,5 Prozentpunkte vor den Grünen. Für die FDP würden aktuell 9 Prozent der Wähler stimmen, die Linkspartei kommt auf 4,5 Prozent. Dies bedeutet, die Ampelkoalition könnte nicht weiterregieren, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Großer Gewinner wären CDU, CSU. Der Chef des Meinungsforschungsinstitutes, Hermann Binkert, erklärte gegenüber Bild, ohne und gegen die Union gäbe es derzeit keine Mehrheiten. Weil auch die AfD deutlich stärker als bei der letzten Bundestagswahl sei, würde es rechnerisch sogar für ein Bündnis aus CDU, CSU und AfD reichen, so Binkert. Im Politiker-Ranking bleibt Verteidigungsminister Pistorius von der SPD auf dem ersten Platz. Dahinter liegt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU. Aufsteiger der Woche ist in dieser Meinungsumfrage Bundeskanzler Olaf Scholz. Er steigt von Platz 7 auf Platz 3. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen bleibt auf Platz 13. In Norwegen wächst der Widerstand gegen Stromlieferungen nach Deutschland. Seit dem Ukraine-Krieg ist Norwegen einer der wichtigsten Energielieferanten Deutschlands. Im Januar wollte Habeck von Norwegen eine Wasserstoffpipeline nach Deutschland, um Strom zu produzieren. Doch bei den Norwegern wächst der Widerstand. Denn dort wird der Strom spürbar teurer. Das Land ist zwar Marktführer bei Öl und Gas im europäischen Wirtschaftsraum. Es verfügt über umfangreiche fossile Bodenschätze. Doch der Pro-Kopf-Stromverbrauch ist in Norwegen mit fast 22.400 Kilowattstunden weltweit einer der höchsten. In Deutschland dagegen bei etwa 6.700 Kilowattstunden. Norwegen hat zwar Strom im Überfluss. Doch der wird immer mehr über Unterseekabel nach Mitteleuropa exportiert. Dies lässt die Preise steigen. Daher regen sich in Norwegen Proteste gegen die Stromlieferungen nach Europa. Sie sollten gedrosselt werden, heißt es. Die Forderung nach billigerem Strom in Norwegen werde lauter. Weiterhin sorgt ein massives Hochdruckgebiet über Nordosteuropa dafür, dass es im Norden und Osten auch heute noch sonnig und trocken bleibt. Allerdings bei Temperaturen zwischen 19 Grad wie in Dresden und 20 Grad wie in Hamburg. Im Westen und Südwesten kommt weiterhin wärmere und feuchtere Luft herein. Dies bedeutet meist bedeckter Himmel und dichte Wolken. Ab dem Nachmittag regnet es mitunter kräftiger. Die Temperaturen im Westen bewegen sich bis zu 21 und 22 Grad wie in Frankfurt und Köln. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von rund 71 Gigawatt. Der Wind hielt sich wieder nicht an die Vorgaben der Energiewender und wehte kaum. Die knapp 30.000 Windräder konnten so etwas mehr als gerade einmal 10 Gigawatt liefern. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags 29 Gigawatt, allerdings nur für wenige Stunden. Abends gab es keine Sonne, also auch keinen Strom. Ohne konventionelle Kraftwerke und ohne Stromimporte aus den benachbarten Ländern hätten wir im Dunkeln gesessen. Die konventionellen Kraftwerke brauchten mittags um 12 Uhr nur 23,5 Gigawatt zu liefern und mussten diese Leistung aber gegen Abend auf 33 Gigawatt hochfahren. Zusätzlich stiegen die Stromimporte vor allem von französischen Kernkraftwerken gegen 19 Uhr auf knapp 9 Gigawatt an. Dies trieb den Strompreis auf horrende 132 Euro pro Megawattstunde hoch. Deutschland hat Energiewende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.